Was ist das nachhaltige Toilettenpapier, was sich aber nicht wie Reispapier anfühlt? Mach mit Pure ist ein ganz besonderes Toilettenpapier, was nicht nur besonders nachhaltig, sondern sogar auch besonders weich ist. Es ist eines der ersten Toilettenpapiere auf dem Markt, was aus recycelten Kartons besteht. Dadurch werden nämlich wertvolle Ressourcen geschont und in der Herstellung zusätzlich noch Energie und Wasser. Und das Mach mit Pure Toilettenpapier wird außerdem nicht gebleicht, was es noch umweltfreundlicher macht. Und es bekommt eine tolle beige Farbe. Sogar die Verpackung ist zu 100% recycelbar. Sie besteht aus 75% Frischplastik-Alternativen, 60% recycelten Plastik und 15% Kreide. Das Papier ist auch so weich und angenehm auf der Haut. Mit Mach mit Pure muss ich endlich keinen Kompromiss mehr eingehen und habe nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch ein gutes Gefühl. Ich das Papier, das Papier Am Untertitelung des ZDF für funk, 2017